Hallo zusammen, hier ist wieder Heutelan und tschau ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar T3 Grundteile und dafür sind wir einmal hier in Naxxramas unterwegs und wollen wieder ein bisschen bei unserem Lieblingsgoblin gambeln. Dafür habe ich ein paar Druckmittel des Todes mir zusammen gefarmt und ich würde sagen, die geben wir jetzt einmal bei ihm aus und schauen mal, was wir rausziehen. Ich brauche ja für mein eigenes T3 noch ein paar Sachen, Brust, Hände und Gürtel und diesmal würde ich sagen, gehen wir auf die Hände und kaufen uns da wieder insgesamt 40 Tokens, was dementsprechend 120 von den Druckmitteln des Todes entspricht und ja, das sind 8 Runs hier aus Naxxramas, das ist mit 8 Shars einmal komplett durch, dementsprechend schon ein bisschen was. Für mich persönlich geht es natürlich einen Ticken schneller, weil ich den Vorteil habe, dass ich dementsprechend 4 Accounts am Start habe, die kann ich alle oder 3 von den 4 auf Folgen schicken und kriege dann natürlich ein bisschen mehr Marken raus. Gut, weil jeder von denen kriegt dann 15 Marken, das sind 15 Bosse hier Naxx und dann geht das natürlich schon einen Ticken zügiger für mich. Gut, dann kaufen wir uns jetzt hier die Stulpen, genau, die brauchen wir 40 Mal. Das Ding ist, das deckt ja nicht, sie muss ja jetzt einen Schnitt rauskaufen, das dauert immer so einen kleinen Moment und dann hoffen wir mal, dass wir Luck haben. Was in diesen Tokens drin sein kann, naja, da ist halt alles mögliche drin, denn jegliche Hände aus Classic können da, soweit ich weiß, drin sein. Zumindest alle, die nicht seelengebunden sind, genau so rum. Und ja, halt das T3 Grundtoken. Mit dem hat man zwar noch keinen T3 fertig, aber man kann da T3 draus bauen. Okay, die ersten Hände, das war schon mal nix. War schon mal auch eine Nullnummer. Die sind ein bisschen was wert. Komm, jetzt ziehen wir die, die was wert sind, gleich schon mal runter. Hier, da war jetzt gar nix. Also da haben wir jetzt halt hier so ein Ding rausgekriegt. Die sind auch ein bisschen was wert. So ein Phylactea-Gewebe. Die brauchen wir später, um quasi das T3 noch abzugraden. Also wenn wir da welche bekommen, ist auch nicht so verkehrt tatsächlich. Vor allem, die kann man sich halt bei dem Händler für 2000 Gold, meine ich, kaufen auch schon mal. Das ist zumindest ein bisschen was wert. Das hier auch. Und je nachdem, welchen Slot man hat, braucht man unterschiedlich viel. Ich meine, für die Hände braucht man 70 von den Teilen. Heißt, wenn man die beim Händler kaufen wollen würde, alle, dann kostet 1, 2000 Gold. Dann wären es halt 140.000 alleine dafür schon mal. Und ja, Hände ist einer der günstigsten Slots. Brust kostet, glaube ich, über 200 von den Teilen. Also da ist man dann schon bei 400k dabei. Also da wird es dann auch schon relativ schnell teuer. Oh, das können wir auch noch hier weg. So, jetzt haben wir schon einige umgetauscht bis jetzt. Das T3-Teil, technisch sieht es noch schlecht aus. Ich hoffe, da kommt noch was. Weil es hat dann doch immer schon einiges an Aufwand, das Ganze hier zu farmen. Also klar, ich habe jetzt, wie ich es schon erwähnt gehabt, ich habe 4 Accounts. Da mache ich dann quasi nicht 15 Marken in einem Run, sondern halt 60. Weil ich muss zwar den Loot aufteilen zwischen den Chars. Also wenn da mit dem 10er 2 Items droppt, dann gibt es für 4 Chars auch nur 2 Items. Aber die Tokens kriegt jeder selber. Und das ist eine ganz schicke Angelegenheit. Okay, bis jetzt sieht es sehr schlecht aus. Ne, das ist auch nichts. Jetzt geht es langsam hier zur Neige. Bei dem Brust-Token hatte ich ein bisschen mehr Glück. Oh, boah, jetzt haben wir noch 3 Stück. 2. Komm, gib mir das die 3. RIP. Okay, das war mal nichts. Ein paar Items, die ein bisschen was wert sind, was ich in Sahara hauen kann. Aber jetzt im Großen und Ganzen war es leider eine Nullnummer. Schade. Aber naja, man kann nicht immer Glück haben. Vielleicht beim nächsten Mal wieder. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne beim nächsten Opening wieder. Wenn ihr euch fragt, wie man das Ganze hier freischaltet, schaut mal in die Infobox. Diese ganzen Rätselguides habe ich euch verlinkt. Und ja, dann sehen wir uns gerne beim nächsten Opening Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.